Horchs verpestetes Labyrinth. Und ich werde auch vielleicht die anderen Teile noch Let's Playen. Und Minecraft wird auch noch kommen, aber nicht mehr so viel, weil dieses Projekt mein Hauptprojekt wird. Entschuldigt, wenn ich jetzt, weil die Qualität nicht so super ist bei 360p, wegen, ich nehme nicht CanTaser, ich nehme Videoconvator. Und ich rendere das schon mit HD und wenn ihr müsst halt die Videos in HD gucken, dann ist die Qualität wieder so gut wie sonst. Ich liebe Höhlen-Trolle. Und sie nennen es eine Mine! Eine Mine! Das ist keine Mine, das ist ein Grab. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Tja. Vielleicht ja. Ich muss hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Ne, ich muss schnell gucken. Jeder Nutzer. Also wir müssen alle Helden auf Level 2 machen. So ein Biest habe ich zuvor noch nie gesehen. Was ist das? Ich hoffe doch was zu essen. So. Bevor wir weitergehen, beende ich hier erstmal den Part für heute. Bevor wir weiter.